Leute, ich war gerade mit einem Kollegen von mir in Bangkok etwas essen und ich denke, ihr könnt alle viel von ihm lernen. Ich persönlich auch, ja, von einer Aktion, die er gemacht hat, beziehungsweise ein paar. Als ich ihn getroffen habe, das erste Mal hier in Bangkok, das war im November, okay, und ich kannte ihn aus seinem Netzwerk und ich bin gekommen zum Restaurant, er hat gesagt, Bro, treffen wir uns dort, er hat mir ein Taxi hinbestellt und als ich hingekommen bin, war schon alles für mich bestellt. Er hat Essen für mich bestellt, er hat irgendeinen Kaffee für mich bestellt, sogar eine Nachspeise, es kam alles nacheinander, gell? Und er hat mir einfach nur, ich habe ein bisschen mit ihm connected, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, aber er hat mir sehr viele Fragen gestellt zu Airbnb. Ja, und ich habe natürlich alles beantwortet, weil er so smart war, gell? Viele von euch, Bro, bevor sie irgendwen treffen, sie müssen wissen, was ist für sie drin, sie müssen wissen, was bekomme ich da raus. Er meinte, okay, wenn ich in einem Netzwerk bin, wenn ich hier bin, in Europa, ich bin in Bangkok, wahrscheinlich habe ich irgendwie Ahnung von Business, ja, wahrscheinlich habe ich irgendwie Ahnung von irgendwas. Er wusste, ich mache Airbnb und er war so, okay, lass mich einfach für den Typen alles zahlen, und ich stelle ihm ein paar Fragen zu Airbnb und er hat mich wirklich zwei Stunden lang ausgefragt, aber natürlich habe ich ihm gerne geholfen, weil ihr müsst wissen, jede Person hilft eigentlich gerne. Ja, jede Person hilft eigentlich gerne, besonders, wenn man merkt, die andere Person ist smart. Ja, was ich da gemerkt habe, dass er das gemacht hat, es war nicht so, wow, geil, ich habe ein Essen, say, Bro, 30 Euro, let's go. Es war einfach, ich habe gesteckt, okay, der Typ ist smart. Ja, der Typ investiert in sein Network. Okay, das heißt, ich war so, okay, habe ihm alles beantwortet, ich habe ihm alles erklärt von A bis Z über Airbnb. Ja, genau, basically alles, was in meinem E-Book steht, das etwas kostet, ja, und er hat mich alles gefragt und zwei Tage später schreibt er mir so, Bro, ich habe jetzt gerade mein erstes Airbnb geholt. Ich habe ihm genau erklärt, wie man Airbnbs bekommt. Zwei Tage später hatte er sein erstes Airbnb in Bangkok, ja, und ein paar Tage später hatte er den ersten Gast. Er schreibt mir so, Bro, was soll ich mit dem Gast machen? Er hatte einen Gast im Airbnb, einen Chinesen, und der Typ wollte eine Kokosnuss haben, okay, und weil er keinen Plan hatte, wie man mit Gästen umgeht, er hat ihm eine Kokosnuss bestellt, zum Airbnb. Aber er hat im Airbnb leider kein Messer drin, mit dem er die Kokosnuss öffnen konnte, und deshalb hat dieser Chinese die Kokosnuss auf dem Tisch geöffnet, hat sie auf den Tisch geschlagen, und der Tisch war kaputt, okay. Also so viel zu diesem Typen, der in seinem Airbnb war, aber auf jeden Fall, zwei Tage lang hat es gedauert, er hatte das erst im Airbnb online, ja. Danach, jetzt gerade, immer wenn wir essen, Digga, der Typ, er bezahlt direkt alles, kurz wenn niemand hinschaut. Ja, heute wieder, er hat alles bezahlt, er hat mir eine Hose gekauft und so eine Scheiße, und so eine Muay Thai-Hose mit meinem Namen drauf. Er investiert extrem viel darin, weil er weiß, Digga, er investiert in mich. Immer wenn er irgendwie Hilfe braucht, er weiß, ich werde ihm helfen. Ja, viele von euch, sie haben Angst, andere Leute einzuladen, Digga. Ja, hier, meistens, wenn ich mit Leuten was essen gehe, es ist eher der Wettbewerb, wer zahlt. So, for real, das ist so, außer eine Person, sie ist gerade broke, oder was weiß ich, aber normalerweise, die Leute machen Cash, das heißt, jeder möchte eigentlich zahlen, weil sie wissen, Digga, er weiß immer, wenn er irgendwas braucht, so, ich werde ihm auf jeden Fall helfen, okay. Und er weiß, dass er mit Value beleugnet ist, okay, das heißt, heute hat er mir erzählt beim Essen, dass er weitergemacht hat Airbnb, aber leider war es in dem Haus verboten, das heißt, er hat Probleme bekommen mit dem Management vom Haus. Hier in Bangkok ist fast überall Airbnb verboten. Und er meinte so, ja, es ist wahrscheinlich egal, aber, nein, es war nicht egal, sie wollten ihm Probleme machen, sie wollten, dass er eine Strafe zahlt. Das heißt, er hat aufgehört mit Airbnb in diesem Haus, und was, er zahlt 200 Euro für die Wohnung. Nicht so krasse Lage in Bangkok, aber natürlich eine Wohnung mit Pool, Gym, all diese Scheiße, so wie Wohnungen halt in Bangkok sind. Ja, was hat er jetzt gemacht? Er hat einen Long-Term-Mieter gefunden für ein ganzes Jahr, Leute, so Ausländer, ja, aus Europa, oder Amerika, aus Amerika, und die zahlen eben 1200 Euro im Monat für diese Wohnung. Sie haben ihn auf Airbnb gefunden, und sie haben einen Long-Term-Vertrag ausgemacht, 1200 Euro. Ja, und so ist es ja, Ausländer, ich zahle hier auch gerade 1200 Euro, normale Miete ist wahrscheinlich 600 Euro. Das heißt, er macht jetzt 1000 Euro Profit, es ist legal, weil mit dieser Wohnung, jedes Monat, ohne dass er irgendwas machen muss, er muss keine Reinigung machen, er muss nicht mit den Leuten kommunizieren, er bekommt einfach sein Cash, ja, und hat sein passives Einkommen dadurch. Und jetzt will er mehr Airbnbs holen in Bangkok, hab ein bisschen mehr Ahnung, er hat mir auch sehr ein bisschen Bock gemacht auf Airbnb hier, ja, vielleicht in Phuket, vielleicht hier oder hier, mal schauen. Ja, mal schauen, wie die Regulierungen sind, etc., wie man das Ganze gut legal machen kann, vielleicht in Partei, egal. Auf jeden Fall, der Typ hat von mir gehört, von Airbnb, und er hat direkt, direkt agiert, er hat direkt meine Informationen umgesetzt, und jetzt macht er Profit damit, und jetzt kann er mehr eskalieren. Dann sagt er, so ein Girl, das macht für ihn Cold Coast den ganzen Tag. Ja? Das heißt, die meisten von euch, die meisten Leute, das ist komplett normal, weil wir haben dieses Mindset in Deutschland oder in Österreich, die meisten denken ewig, oh, macht das eh Profit, ah, funktioniert das eh, ah, was ist mit den Regulierungen, ah, was ist mit dem, ah, was ist mit dem? Das Ding ist, Leute, wenn ihr immer so denkt, und ihr analysiert so viel, ihr versucht nur etwas zu machen, was hundertprozentig funktioniert, ihr geht nie ein Risiko ein, dann werdet ihr auch nie Profit machen, ja, ihr werdet nie irgendeine Opportunity bekommen, an die andere Leute nicht denken. Ja, weil alle Leute haben Angst, alle Leute aber nur etwas komplett Sicheres machen, aber wenn du so denkst, dann musst du dir ein 9 to 5 holen, okay, wenn du wirklich Freedom haben möchtest, du möchtest machen, was du möchtest, dann wirst du Risiken eingehen müssen, ja, es wird passieren, dass irgendwas auch mal nicht funktioniert, dass irgendwelche Regulierungen dich ficken werden, was weiß ich, aber das Ding ist, wenn du die ganze Zeit agierst und die ganze Zeit Sachen probierst, ja, dann wirst du Erfolg haben, ja, dann wirst du Profit machen. Robert Greene zeigt in einem Buch von ihm, dadurch, dass wir Pussy sind, er sagt es nicht genau so, aber durch Angst, ja, durch ängstliche Aktionen, durch ängstliche Sachen, die wir machen, bekommen wir mehr Probleme, als wir denken, dass wir durch mutige Aktionen bekommen würden. Und die Probleme, die wir bekommen, weil wir mutige Aktionen machen, können wir so gut wie immer durch mehr mutige Aktionen wieder ausbügeln. Und überleg mal, wie dein Leben wäre, wenn du meistens die mutigere Aktion gemacht hättest, als die Pussy-Aktion. Die meisten von euch denken immer, ach, alles nicht funktioniert, alles ist ein Scam, alles ist das und das und das, ja, und deshalb, und deshalb wird halt nie irgendwas Sickes passieren im Moment im Leben. Egal, ob es darum geht, dieses Girl-Anzusprechen, egal, ob es darum geht, dieses Business zu starten, ob es darum geht, in dich selbst zu investieren, ob es darum geht, zu einem Essen zu gehen mit einer Person, das zu riskieren, dass das ein Waste of Time ist. Ja, wenn ihr immer so denkt, dann wird nie irgendetwas passieren. Dieser Typ, erstens, hat direkt umgesetzt und zweitens, hat er nicht ewig Analysis, Paralysis gemacht. Meistens von euch denken immer an Steuern, oh mein Gott, was ist mit Steuern? Oh mein Gott, was ist mit dem? Oh mein Gott, was ist mit dem und dem? Bro, fuck it, just starte einfach, ja? Wenn du siehst, Leute machen in einem Bereich Cash, starte einfach in diesem Bereich, weil wenn du nie startest und du wirst nur überlegen, wird dein Leben immer boring sein, du wirst viel größere Probleme bekommen, dadurch, dass du eine Pussy bist, wie, dass du denkst, dass du bekommst, wenn du mutige Sachen machst. Okay, Leute, also lernt von diesem Typen, erstens investiert in euer Network, ja, investiert, bevor ihr nehmt, er investiert die ganze Zeit, ist er tut, er ist richtig smart, ja, und ich möchte, ich habe auch viel von ihm gelernt, okay, erstens das und zweitens, mutige Reaktionen, wenn euer Leben immer besser machen, als Pussy-Raktionen, beziehungsweise mutige Reaktionen vermeiden. Okay, deshalb habe ich früher sehr eins gepoppt, mittlerweile brauche ich es nicht mehr. Warum? Weil ich einfach immer mehr aus meiner Comfortzone gegangen bin, bis irgendwann meine Comfortzone riesig wurde. Okay, Leute, das war das Video für heute, join the School Community, gratis Airbnb-Kurs, immer in der School Community, wir sehen uns.